Willkommen zurück und ich habe immer das herausgefunden, dass ein noch ein Unschauer-Vlog ist. Bitte zuerst auf keinen Kommentar, ich bin genervt genug dadurch, dass ich so doof bin und warum ich jetzt groß bin. Und weil ich in der vorherigen Aufnahme gemacht habe, die ich aber löschen musste, weil... Alter, war es privat schon und ich will nichts Privates freigeben. Warum muss ich die neu aufnehmen? Leute, das war lecker. Das war lecker. Yes! Und so eine Schmuse musst du gerne machen. Nein, das ist ein Ernst. Aber ich hab weiß... Hey, ich kann den Slayer plötzlich. Ja... Boah, ist das Scheiße. Die zweite Karte kommt jetzt. Leider weiß ich jetzt auch, wie es noch ist. Aber ich bin zu doof. Und natürlich weiß ich auch, dass hier ein Pils ist. Ach, keine Ahnung. Das hat sich zu viel, nämlich das Anlauf. Dann ist es doch... für mich. Alter, ich spring doch einfach da drauf. Komm, das ist doch nicht so schwer. Jetzt bin ich plötzlich zu doof. Jetzt bin ich plötzlich zu doof. Das ist krass. Danke, aber kurz zum Ende. Ach komm, jetzt ist er aber wirklich nicht gesprungen. Er wollte ihn sein. Warum schaffst du das plötzlich nicht? Diese Stelle ist doch so einfach. Da mal. Super! Ich habe geliebt, dass... Ich dachte, du willst die Prinzessin retten, nicht? Ja, endlich! Und eigentlich soll ich mal ne Person holen. Ich sag, das kann... Ich glaube, warum bin ich tot? Ich habe doch schon mal. Ich habe sogar ein Koffer. Ja, ja! Ach komm, das schon. Ich schaffe es einfach nicht. Wenn einfach zu doof wird kann. Das ist krass. Schwer. Eigentlich ist das nicht schwer und nicht mal lang. Wir waren sogar eigentlich wieder kurz von vier. Alter, wie ungefehl. So. So einfach war. Was war also jetzt das Problem? Hä? Gar nirgendwo, Mario. Ich hab mich nur kurz sehen. Wir haben uns beide nur und er mich angeht. Oh Gott, das nächste Level. Da verkauft es mir direkt schon. Ohne Spaß. Das ist schrecklich. Hammer wohl. Und ich mach dann selten Fehler wie bei der Anfangsaufnahme, die ich hier anlassen musste. Tut mir leid, aber ich darf nicht privat verheben. Übrigens, da ist mein Giftpist. Ich sage, ich weiß ja, dass da auch gut zu kam. Ich hätte besser, man. das ist nicht mehr so gut zu tun. Aber jetzt pass auf. Jetzt, ich hab die voll im Lungen. Die ist super geil. Ich krieg. Ich krieg. Ich mach dich kein. Alter. Beeil dich jetzt. Da unten in diese Röhre, da kann man rein. Aber da ist nicht. Besonders. Da werden wir nur zurückstehen. Das hier soll ferne Warp-Sonne sein. Die aber schlecht war, wenn ich mich richtig nenne. Ahja. Die bringt mich zur Welt 1. Klasse, ne? Super ferne. Dass man sowas von... Dass man sowas aushalten muss. Aber das hier ist noch scheiße. Das hier ist mal ein Wasser. Die sind so scheiße wie dein Gesicht. Mario. Bitte kill diese Blucher. Die sind so schwul. Die sind so schwul. Die sind so lecker. Die sind so lecker. Die sind so schwul. Faaaaaaannn! Kein Problem mit Feuerwirbel. Also ich glaub ich, das wäre mir wirklich keine Problem, oder. Das würde ich eigentlich nicht. Stammt da oben warten. Neu. Und das Wasser will es auch nicht so lang. Gleich war es das nämlich schon. Guck, war doch nicht so schwer. Ja, war doch nicht so schwer. Oh, ich bin doch. und das ist ja nicht wow dann kommt die Komponente sind die Bands hier sind die Bands nicht ne okay das war's für die Folge ich hoffe sie euch gefallen bis zum nächsten Mal Leute nicht mehr Spaß oh die Scheiße reingelegt jetzt schaffe ich es aber wenn ich sage ich habe es WTF nicht der Rest oder? ne ich hab's mir jetzt unnötig schwer gemacht und zu bauen wirklich das war's das war's für die heutige Folge ich hoffe sie hat euch gefallen bis zum nächsten Mal Leute Ciao Leute